Moin Leute, was geht ab? Und zwar habe ich heute ein neues Plugin für euch, beziehungsweise programmieren wir heute einfach ein neues Plugin. Und zuvor wollte ich gesagt haben, oder besser gesagt, einfach mal angesprochen haben, wieso so lange keine Videos kamen. Und zwar bin ich jetzt momentan im Urlaub und ich habe einfach das Ganze ein bisschen spontan jetzt irgendwie erledigt. Deswegen konnte ich mich da auch irgendwie eher weniger darauf vorbereiten, dass ich überhaupt Videos mache, weil ich jetzt auch nicht wusste, dass es so lange ist. Und zwar bin ich jetzt immer sechs Wochen im Urlaub und geplant waren also eigentlich nur drei, aber jetzt bin ich ja doch sechs Wochen im Urlaub und das Problem bei mir ist einfach nur das Internet, das ist einfach scheiße und ich brauche auch noch Ewigkeiten, um irgendein Video hochzuladen. Und da ich jetzt aber trotzdem nicht gerade will, dass mein Kanal sechs Wochen lang inaktiv bleibt, beziehungsweise mit den Videos von Ada gefüttert wird, dafür erstmal ein fettes Danke, Ada, dass du überhaupt ein paar Videos mit mir hochgeladen hast, damit hier halt, wie gesagt, ein bisschen was los ist. Ich stelle mich also trotzdem, wie gesagt, da an, dass ich passend alles hochladen kann, weil ich jetzt einen besseren Spot gefunden habe und da ist mein Internet auf jeden Fall ein bisschen schneller und deswegen hoffe ich einfach mal, ich kann es von dort aus hochladen und ich versuche jetzt auch, jeden Tag ein neues Video rauszuhauen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, falls ich es nicht schaffen sollte, verzeiht es mir. Wie gesagt, ich bin im Urlaub und das noch drei Wochen. So, auf jeden Fall programmieren wir heute ein Plugin und zwar ein Auto-Messages-Plugin und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt direkt. Und so möchte ich erstmal ein Plugin haben, welches mir mündlich immer eine Message ausgibt und die Message soll halt immer verschieden sein. Das heißt, wir haben hier eine Anzahl von verschiedenen Messages und die soll halt in verschiedenen Zeitlinien immer wieder neu gesendet werden und halt auch immer verschieden. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir erstmal damit an und da brauchen wir erstmal zwei Variablen. Das heißt, wir sagen private int und dann sagen wir jetzt hier erstmal für ein runnable, das heißt, wir sagen einfach task und wir brauchen ein private int und dann anschließend den Broadcast-Number, also bc-Number. So, beide Variablen müssen wir beim Enablen auf jeden Fall befüttern oder besser gesagt nochmal zuweisen, Werte zuweisen. Das heißt, wir sagen bc-Number ist gleich 0 und task ist gleich bucket, jetzt scheduler, schedule-async-repeating-task. Wieso ist das Ganze asynchron? Messages, sprich packets, welche hinter der Methode bucket.broadcast-message decken, lassen sich asynchron ausführen und asynchron sagt einfach, dass es halt nicht im Main-Thread läuft, das heißt, dass es halt nebenan läuft beziehungsweise für einen asynchronen Task wird halt immer ein neuer Thread erstellt, welcher jetzt halt nicht wirklich in irgendeiner Form ressourcenlastig ist. Das heißt, wenn zum Beispiel gerade das Server am laggen ist, wird dieser Countdown hier auf jeden Fall nicht verursachen, dass durch irgendwas hier irgendwas laggen wird. Insofern, dass wir das Ganze halt wie gesagt asynchron gemacht haben. Wenn wir das Ganze synchron gemacht hätten, dann würde diese ganze Sache hier wirklich immer, 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 egal ob es laggt oder nicht, immer ausgeführt werden. Und wenn das asynchron ist und der Server gerade extrem am laggen ist, kann es auch mal sein, dass dieser Countdown einfach mal ein wenig verzögert kommt. Aber das ist in dem Fall scheißegal, das juckt uns nicht. Hauptsache, wie gesagt, das Ganze ist irgendwie nicht performance-lastig. Deswegen machen wir es auf jeden Fall mal so. Okay, was müssen wir jetzt hier eintragen? Jetzt brauchen wir, wie man hier sieht, zwei Longs. Das heißt, wir brauchen jetzt zwei Argumente, zwei Variablen. Und diese besagen einfach, in welchen Zeitintervall das Ganze halt passieren soll. Deswegen, ich zeige euch mal ganz so einen Trick. Ziemlichweise, naja, ein Trick ist es auch nicht, aber ich denke mal irgendwie logisch. Und zwar sind 20 Ticks, die muss dann hier übrigens eintragen, das Ganze hier in Ticks. 20 Ticks sind eine Sekunde. Das heißt, wir wollen zum Beispiel jede Minute eine Nachricht haben. Wir rechnen uns das Ganze erstmal aus. 20 Ticks sind eine Sekunde und das mal 60, weil eine Minute 60 Sekunden hat. Und dann sehen wir schon 1.200, z.B. 2.200 Ticks in dem Fall. So, das schreiben wir uns erstmal auf. Ist gleich eine Minute. So. Und jetzt können wir hier eigentlich das Ganze eintragen. Allerdings will ich das Ganze zu Vorführzwecken nicht mit 1.200 Ticks machen, sondern erst mit 20, damit man halt sekundlich sieht, ob das Ganze funktioniert. Und das einfach für die drei beiden Argumentfälle dann angeben. Und dann passt die ganze Sache auch schon. So, jetzt haben wir das Problemchen, bzw. das Problemchen. Jetzt müssen wir halt eine Methode entwickeln, wo halt die Messages immer durchgespielt werden. Und halt, wo irgendwas passieren soll. Deswegen erstellen wir uns eine neue Methode, damit wir halt nicht alles in den Enable-Block packen müssen. Deshalb wir hier sagen, private void start. Oder besser gesagt, können wir die Methode einfach so benennen, wie wir wollen. Ich nenne sie jetzt einfach mal doch counter. Dann sagen wir jetzt hier jede Sekunde counter. Um zu sagen, wir jetzt hier jede Sekunde, dass einmal die Methode private void counter ausgeführt werden soll. In dieser Methode packen wir jetzt hier ein paar Sachen rein. In erster Linie müssen wir uns wirklich darüber klar werden, wie wir das Ganze, bzw. welche Messages wir überhaupt da drin haben wollen. Das heißt, wir haben irgendwie schon eine grobe Anzahl, viele Messages wir brauchen. Das heißt, ich will zum Beispiel 5 Messages reinpacken. Und deswegen fragen wir erstmal ab, if bc-number gleich gleich 5, dann sagen wir bc-number ist gleich 0 und dann bc-number plus plus. So, das ist im Grunde genommen der ganz normale Durchlauf. Das heißt, wenn bc-number 5 erreicht, wird es auf 0 gesetzt und anschließend wieder plus plus gerechnet. So, das ist einfach deswegen da, damit erstens der Integer nicht höher als 5 geht und das ist halt immer wieder zurückgesetzt wird, damit die Messages sich halt immer wiederholen können. So, deswegen sagen wir jetzt hier erstmal, oder wir haben es besser gesagt hier alles. Und jetzt benutzen wir dafür einfach mal ein Switchcase. Wir können dafür auch eine if-else-Abfrage machen, aber ich finde dann ein Switchcase deutlich besser. Und zwar switchen wir in dem Fall die bc-number und dann können wir jetzt hier verschiedene Fälle einbauen. Das heißt, falls der Fall 1 eintritt, natürlich andersrum so, falls der Fall 1 eintritt, dann sagen wir zum Beispiel bucket.broadcast-message. Das ist die erste Message. Und dann break, damit wir einfach das Ganze abbrechen. In der Switchcase ist das Ganze so ähnlich wie in der Vorschleife. Und zwar, wenn wir das breaken, dann beenden wir das Ganze, ansonsten würde es halt immer weiterlaufen mit dem Begriff break. Und somit können wir das Ganze hier so weiterführen, wie wir es wollen. Natürlich hier ebenfalls der break. Und so machen wir es auch bis zum fünften Case. Also bis zum fünften Fall und ich würde sagen, bis dahin cut ich es erstmal. So, und zwar haben wir uns hier unsere Message einfach eingebaut. Und jetzt können wir das Ganze auch, wie gesagt, schon mal austesten. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal kurz in unseren Server und schauen, ob das Ganze so weit funktioniert. Dafür, wie gesagt, erstmal die Plugin-Warm-Mail erstellen, also das eintragen und dann anschließend exportieren. Aber was mir jetzt gerade auch einfällt, ist, dass wir vielleicht noch eine weitere Methode brauchen. Und so brauchen wir die onDisable-Methode, damit wir wieder den Task beenden können. Das heißt, jetzt ein bucket.getscheduler.canseTaskTask. So, und dann ist die Schedule auch beendet. Da asynchrone Scheduler die Eigenschaft haben, auch über einen Reload hinweg zu arbeiten, cancel ich diesen Task einfach. Und dann läuft die halt nicht weiter. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ihr eine asynchrone Scheduler habt, die wird sich definitiv nicht stoppen, wenn ihr den Server reloaded. Ist einfach so und dann müssen wir einfach leben. Deswegen werde ich den Task einfach killen und somit geht das Ganze. Jetzt exportieren wir das Plugin und testen das Ganze mal auf unseren Server. So, jetzt ist hier auch schon unser Server am Laden und gucken wir mal, ob das Ganze geklappt hat. Wir sehen jetzt hier schon, das ist die erste Message, zweite, dritte, vierte und die fünfte. Und das geht ja wieder zum ersten. Das heißt, unser Switchcase geht, wie gesagt, durch jeden einzelnen Fall. In dem Fall rechnet der hier immer plus plus. Und das wird schon nochmal angeschließen. Und dann rechnet der den Fall von dem aus. Und geht dann anschließend zu dem Fall. Deswegen funktioniert das Ganze so, ihr könnt natürlich alle eure Messages reinpacken, die ihr wollt. Und ihr könnt das Ganze natürlich so weit machen, wie ihr es halt auch wirklich braucht. Das heißt, ihr könnt für mich aus 10 Fälle reinmachen, 100 Fälle, Millionen Fälle, wie auch immer. Müsst ihr halt einfach nur schauen, inwiefern ihr das Ganze braucht. Natürlich können wir da auch in der Vorschleife noch ein paar andere Sachen machen. Das heißt, wenn wir sagen hier 4Player, All, Bucket, GetOnlinePlayers. So, können wir jetzt hier zum Beispiel auch noch sagen, All.PlaySound, All.GetLocation, keine Ahnung, Sound.LevelUp und dann mit dem Parameter 1.1. Und dann würde man jetzt zum Beispiel auch noch beim Case 1 immer einen Sound hören, wenn das jetzt zum Beispiel kommt. In der Vorschleife kann da, wie gesagt, ziemlich viele Sachen machen. Man kann auch Effekte da reinpacken. Also All.PlayEffekt, beziehungsweise All.ZGameMode. Was allerdings ein bisschen bei der Asynchron-Sache problematisch wäre mit dem GameMode, weil das nämlich nicht funktioniert. Aber im Grunde genommen können wir, wie gesagt, ziemlich viele Sachen machen, welche noch dazu möglich sind. Weil es gibt, wie gesagt, ziemlich viele Automessager-Plugins, wo man halt nicht viel machen kann. Und da es ziemlich einfach zu programmieren ist, denke ich mal, es ist auf jeden Fall das Ganze wirklich selbst zu programmieren, wenn man das Ganze braucht. Und falls ihr vielleicht Bock habt, dass ich das Ganze mal für BungeeCord mache, das heißt, dass man das Ganze auf dem BungeeCord sieht, wie das funktioniert, kann ich das natürlich sehr gerne auch machen, einfach mal dafür in die Kommentare schreiben. Und somit hoffe ich mal, ich wäre soweit durch damit. Und falls noch irgendwelche weiteren Fragen aufkommen sollten, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare stellen. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Leute. Man sieht sich. Bis dann. Und ciao. 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 Ciao.